Ja, nun, nicht wahr? Dann, was hatten wir noch? Wir hatten vor einer Weile mal den Kandidaten auf YouTube, den Herrn Linus Sebastian, der seinen iMac Pro kaputt geschmissen hat. Und der hat sich inzwischen jetzt über irgendwelche Kanäle, und der Punkt war ja, Apple wollte das Ding nicht mehr reparieren, weil er es selber aufgemacht und kaputt geschlagen hat. Und da gab es wohl irgendwie noch einen Funken, weil irgendjemand seinen Schraubenzieher da reingegangen hat. Also, es war alles ein bisschen komisch. Apple wollte auf jeden Fall das Ding nicht mehr reparieren. Jetzt hat er sich den wütenden anderen YouTuber dazugeholt, um ihn zu reparieren. Die wütenden YouTuber, die versammeln sich alle in einem Video früher oder später. Also, hat jetzt der eine YouTuber den anderen aus New York nach Kanada rüber geflogen, damit er ihm hilft, diesen iMac Pro zu reparieren. Sie haben sich von irgendeiner Apple-Support-Firma ein neues Display und ein neues Motherboard besorgt und bauen das dann da zusammen ein. Und das ist alles ganz easy und lustig und so. Aber diese ganze Reparatur-Geschichte, es hat wohl so den Anschein gehabt, als hätten viele von den Authorized Support-Firmen, sowas Gravis oder sowas in der Richtung, als hätten die halt eine ganze Weile die Schulung nicht bekommen für iMac Pro reparieren. Und teilweise auch die Apple-Stores selbst nicht. Also, konnte halt nicht jeder Apple-Store, weil die noch nicht die Schulung bekommen hatten, die entsprechenden Reparaturen annehmen oder die entsprechenden Teile besorgen. Und dazu kam halt noch diese ganze Recht auf Reparatur-Geschichte, dass sie halt, wenn du das selber einmal angefasst hast, da keine Lust mehr drauf haben. So. Und dazu kommt halt auch noch, dass die Ersatzteile sehr nicht kompetitiv gepreist sind. Also, das war halt, das Motherboard und das Display war halt quasi fast so teuer wie der ganze Rechner. Also, halt unverhältnismäßig hoch dafür, was halt drin ist. So, das ist diese alte Geschichte, was Apple da keine Lust hat auf externe Reparatur. Dann gibt's die andere Geschichte, da kam jetzt nochmal ein schönes Video, was ich vielleicht nochmal linke, was man sich anschauen kann, von dem Kollegen in den USA, der aus zwei gecrashten Teslas einen neuen Tesla zusammenbaut. Und da hat Tesla keinen Bock drauf. Das heißt, der besorgt sich halt irgendwo auf dem Schrotthandel Teslas, die entweder gecrasht sind oder die in den USA beliebt in so einer Hurricane-Flut drin waren und halt verschimmelt sind und vorne oder vorne verbeult oder hinten verbeult und so weiter. Und der hat halt jetzt so ein Lager von Tesla-Teilen, die sie ihm so auch nicht verkaufen würden. Und der baut jetzt halt so Franken-Teslas zusammen, so eine Hälfte von vorne, der hinten gecrasht ist und andersrum. Und dann hat er ein Ganzes. Jetzt ist das Problem bei den Dingen, die sind halt auch, zum einen sind quasi die Ersatzteile verdongelt mit der Fahrgestellnummer. Das heißt, wenn er anruft, ist in einem Video drin so ein Anruf bei der Tesla-Hotline, er hätte gerne diese Abdeckungen für die Radmuttern, so Plastikstückchen. Dann fragt die Dame nach seiner Fahrgestellnummer, dann sagt er die und sagt sie, ne, der ist gecrasht, der kriegt keine neuen Plastikmotorteile. Okay. Und deswegen, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen mit Tesla-Teilen rumgetan, wo man diese Ladegeräte herbekommt und sowas in Europa auch nicht, ohne dass du eine gültige Fahrgestellnummer irgendwie sagen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Ladegerät von so einem Tesla haben wolltest, musst du dir einen Freund suchen, der das mit seiner Fahrgestellnummer bestellt. Die einzige Ausnahme, die ich in Europa gefunden habe, waren die Niederlande. In den Niederlanden gibt es einen Online-Tesla-Shop, da kann jeder bestellen mit einer Adresse in den Niederlanden. Ich nehme an, die Niederlande zwingen Tesla dazu, diesen Shop zu haben, wo du halt nicht deine Fahrgestellnummer zuerst eingeben musst, bevor du irgendwie ein Verlängerungskabel kaufen kannst. Und was in dem Video mit dem Tesla-Kollegen eben nicht gesagt wird, ist, dass die eben nicht nur im Teil, was jetzt den Support und die Ersatzteile verdongelt sind, was das angeht, verdongelt sind, sondern eben auch, dass die Online-Services auch an die Fahrgestellnummer gebunden sind. Und das heißt, die ganzen Vorzüge, die du mit dem Online-Service von Tesla hast, dass du halt die guten Planung und die Fernsteuerung und all diese Dinge, gibt's nicht. Das funktioniert nicht mehr, sobald ein solcher Tesla als quasi gecrasht gemeldet worden ist. Das ist abgeschaltet. Workaround, schreibt man sich im Internet, zieh die SIM-Karte raus, dann merkt der Tesla nicht, dass er gecrasht ist. Und dann sind auch solche Sachen scheinbar, dass das Supercharging, das wird schon, das wird, es hängt an der Fahrgestellnummer. Eine gecraschte Fahrgestellnummer darf nicht mehr superchargen, aber das macht die Säule mit dem Auto aus. Das heißt, das Auto weiß, ob es gesperrt ist, wenn es die SIM-Karte nach dem Crash noch drin hatte. Das heißt, wenn du den gecrashten Tesla früh genug die SIM-Karte rausziehst, bevor die Tesla-Zentrale dem Modem sagen kann, ey, du bist gecrasht, dann hast du noch Supercharging. Ist ziemlich gut, plötzlich, wenn du so ein Tesla bist, verschieben sich direkt nach so einem Unfall deine Prioritäten. Normalerweise erst mal die 112 anrufen und hier Hilfe, um Gottes Willen und stabile Seitenlage. Oh, Moment, wo ist die SIM-Karte? Mensch, hat dann die, was die, ja Frau, ich weiß, du hast dir das Bein gebrochen da hinten. Alles nicht so schlimm, ich muss erst mal die SIM-Karte raus. Ja, erst mal aus dem Seitenfenster gekrochen und die SIM-Karte irgendwo rausgeholt. Ja, das ist halt schon, wo steckt die beim Tesla? Man weiß es nicht, irgendwo versteckt. Ja, aber ein Beispiel, was er hatte, war so ein, der Tesla hat ja noch auch die 12 Volt, der hat ein getrenntes 12 Volt System und das Hochspannungssystem. Und so ein geflutterter Tesla hat die Batterie in Kurzschluss und ist erst mal aus. Der Rechner ist erst mal weg vom Fenster. Und da ist eben ein Video, so ein komplett durchgeschimmelter Model S und machte von außen eine Starterbatterie dran und das Ding fährt halt wieder hoch. Und in dem Moment, wo der da wieder hochgefahren wird, verbindet sich das Modem, telefoniert nach Hause und sperrt die Kiste, weil die vom Versicherer als gecrashed gemeldet ist. Und das ist dann ganz lustig, weil dann nimmt er so einen Kärcher, Hochdruckreiniger und geht erst mal durchs Cockpit. Ja, fair enough. Also zu einem gewissen Grad kann ich Tesla verstehen, warum sie das tun. Also sie wollen natürlich, also wenn du jetzt angenommen, du sagst jetzt hier, guck mal, ich bin jetzt irgendwie Schorschies Bastl Schrauberbude und ich kaufe mir jetzt irgendwie zwei zusammengecraschte Tesla und löte die zusammen und dann verkaufe ich die jemanden und dann bricht dieses Auto irgendwann auseinander oder explodiert beim Superchargen, weil ich irgendwie nur zwei Kabel verdrillt habe und irgendwie einen Teser außenrum gemacht habe. Dann ist das natürlich blöd. Und dann ist es natürlich, weil dann steht morgen in der Zeitung hier, Tesla verbrennt beim Laden. Und das wollen die natürlich nicht. Und deswegen verstehe ich natürlich, warum sie da so ein bisschen restriktiv rangehen. Ich verstehe natürlich auch, dass die Lösung für Tesla-Modder oder Tesla-Reparierleute, die das vielleicht auch können, unzufriedenstellend ist und halt besonders für Kunden unzufriedenstellend ist, wenn sie denn ihren alten kaputten Tesla reparieren lassen. Aber das ist ja nicht nur auf Tesla beschränkt. Also ich habe einen Freund, der kennt sich relativ gut mit Autos aus und der hat auch Spaß an diesen Modifikationen. Jetzt nicht unbedingt an seinen Wagen, aber der hat so Kontakt zu Werkstätten und so weiter. Und das ist also bei jedem Autobauer ist das mittlerweile einfach softwareseitig verdongelt alles und abgesichert. Und du musst halt als jemand, der irgendwie, keine Ahnung, übertakten hätte ich fast gesagt, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an der Maschine verändern möchte, wie dem Sound, egal was, musst du halt Softwaretechnisch das aufknacken, das Auto. Also in den USA zumindest ist so ein Knackpunkt bei Tesla, was das ein bisschen speziell macht, zumindest in seinem Staat, ich glaube in Minnesota oder so, muss der Hersteller seinen Händlern Zugriff auf die entsprechende Diagnose-Software geben, dass die zum Beispiel eine neue Fahrgestellnummer reinbrennen können oder was auch immer, Online-Services freischalten können. Jetzt hat halt Tesla keine Händler. Und damit sind sie raus aus der Regelung. Also das, wir hatten so eine ähnliche Geschichte mit Traktoren, wo du halt ein Abo für deinen Traktor bekommst und dann diesen Traktor auf deinem Feld fahren kannst und nicht beim Nachbarn. Das heißt, wenn du dir so einen Traktor teilen wolltest, so no, 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 kommt der Bademeister vom John Deere und sagt no, no, no. Ja, kannst du mal. Und deswegen ist halt auch so ein Sport im Internet offensichtlich gehackte Firmware für Traktoren. Dass du halt aus irgendeinem russischen Forum dir so eine Firmware für deinen Traktor besorgst. Mega Idee. Traktor mäht Kleinstadt nieder. Ja, ganz im Ernst, hast du mal so einen Dominator gesehen? Weißt du, die heißen wirklich so, so einen Mähdrescher? Ja, die sind inzwischen recht beeindruckend, was da so auf manchem Bauernhof-Fuhrpark zu finden ist. Ja. Das ist schon Hightech-Zeug, also. Aber stell dir mal vor, so ein Ding fährt durch die Fußgängerzone. Ja. Ja. Also Dominator Mähdrescher ist das. Den muss ich gleich mal googeln. Von Klaas, ja. Das geht ja. Der sieht ja noch harmlos aus. Den gibt's so, der sieht vorne aus, als er käme aus einem Transformers-Movie. Lädt auch gerade in. Ja, gut. Also solche Probleme werden wir aber halt immer mehr haben. Wenn solche Hardware, wo du meinst, du hast sie gekauft. Entschuldigung. Ja. Dominator 88 SL Maxi mit Geringhoff-Klappschneidewerk. Ja, das ist schon nochmal eine ganz eigene Welt. Gut, dann möchtest du halt nicht davor irgendwie. Dann kommt Werbung für Kälber. Die werden da gleich über den Haufen gefahren mit dem Ding. Bestes Reetage-Ding für dich. Ja, das ist ab jetzt YouTube völlig geholzt. Ja, naja. Aber so das grundsätzliche Problem ist halt, du kaufst dir irgendein Gerät und meinst, das ist jetzt deins und du kannst damit machen, was du willst. Und dadurch, dass die halt jetzt alle Computer drin haben und DRM drin haben und zugedongelt sind, ist das halt nicht mehr zwangsläufig der Fall. Und das ist jetzt beim Tesla, das ist zum Beispiel das Supercharging und der Online-Service. Und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, ja, also kriegst du die irgendwelche geschrotteten Ersatzteile und deswegen sammelt der jetzt halt irgendwie von jedem Gerät, von jedem gecrashten Auto, das er haben kann, irgendwie die ganzen Teile. So ein Beispiel auch, die hatten so eine Sonnenschutzblende aus einem Feuerschaden-Tesla, da ist die Sonnenschutzblende schon weggebrannt, aber das Scharnier ist noch dran. Und deswegen hebt das auf, weil auch dieses Plastikteil ist halt sonst nicht zu bekommen. Beim VW gibt es wohl eine Spezialität, die heißt zum einen Komponentenschutz, hat mir ein Hörer geschrieben, dass also nicht du einfach ein Steuergerät aus einem VW rausnehmen kannst und den nächsten stecken. Das soll vielleicht auch so Diebstahl und, weißt du, dass du ein Auto klausst und zerlegst, ein bisschen eindämmen, aber das ist halt auch für den langfristigen Reparaturmarkt ein Problem. Ich meine, das ist gleich mit den Touch-ID-Geschichten, die du nicht einfach in ein neues iPhone einbauen kannst, sondern funktioniert da dein Touch-ID und so. Also es ist immer eine super Gratwanderung einfach und es gibt Firmen, die das in die eine wie die andere Richtung überziehen. Also natürlich ist es ein Vorteil, wenn du sagen kannst, irgendwie so, ja, aber hier sicher und von uns abgesegnet und das Telefon explodiert dir nicht, wenn du es irgendwie selbst da zusammengebaut hast. Und auf der anderen Seite die klare Verknappung von Ersatzteilen oder die preisliche Gestaltung von solchen Ersatzteilen oder das Verbot irgendwie, den Buden keine Ersatzteile zu geben, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Also, ja, muss man je nach Fall dann ein bisschen abwägen, wie man da entscheidet. Also prinzipiell, ich finde es schon eine gute Sache, dass wir in diese Sicherheitsrichtung zumindest dahin gehen, dass du diese Selbstbau-Teslas beispielsweise nicht einfach so, ja, jemandem geben kannst, der den nicht selbst gebaut hat und der benutzt ihn dann, als ob nichts wäre. Also das ist sicherlich eine gute Sache auf der anderen Seite. Ja, also so ein Selbstbau-Markt stirbt dann natürlich auch, das stimmt schon. Es gibt wieder nochmal andere Sorte von Tesla-Zerlegern, die nehmen sich halt einzelne Komponenten, sowas wie nur das Ladegerät oder nur die Batterieteile und sowas und bauen das in ein altes Oldtimer-Gerät rein. Ja, und da gibt es wohl auch so eine Szene von Leuten, die bauen jetzt eben quasi Adapter von irgendeinem Motor auf Tesla-Steuergerät oder solche Sachen. Und dann kannst du halt aus einem gecrashten Tesla den Motor rausnehmen, dein eigenes Steuergerät dran bauen, an dein Glaspedal dranhängen und dann hoffen. Was auch schön ist, weil das konntest du halt bisher auch machen, indem du halt, weiß nicht, in einen alten VW-Käfer so einen V8 reingebaut hast. Ja, immer eine super Idee. Also ich denke auch so ein P100D im Insanity-Modus in so einen T1 reinzubauen, der eine Knautsch-Zone von einem Stück Papier hat. Super Idee. Okay. Ich habe zum Beispiel einen gesehen auf YouTube, der hat genau eben versucht, eine Motorsteuerung für den Tesla-Motor nachzubauen, um dann einen Motor aus so einer B-Klasse, glaube ich, der auch von Tesla kommt, irgendwie umzubauen. Und der hat dann eben zum Beispiel, der hat sich erzählt, er hat von vielen, von anderen Tesla-Motor-Modifikationen eben geguckt, was man da machen muss. Und er war sich sicher, er hat jetzt die Motorsteuerung korrekt. Und er weiß alles, was man über diesen Motor wissen muss. Er wusste nur nicht, dass die Mercedes-Version von dem Motor, dass da noch so ein Hebelchen war für die Standbremse. Die war bei ihm gezogen und deswegen hat er nie gedreht und deswegen war er dann unglücklich. Aber gut. Ja, verständlich. So. So.